Herzlich willkommen auf dem Kanal von Vision eDrive zu diesem Video Ladesituation in Spanien. Wir sind heute unterwegs zu verschiedenen Ladesäulen hier in der Region, wo wir unser Hotel haben. Wir zeigen euch heute, wie sieht es in Spanien aus? Wie kann man das freischalten, wenn überhaupt möglich? Und vor allem auch, was gibt es überhaupt? AC, DC etc., das schauen wir alles an. Also bleibt dabei, los geht's nach dem Intro. Ja, wer kennt das denn nicht, mit dem Elektroauto in die Ferien gehen, in den Urlaub? Jedes Jahr einmal geht man mindestens in die Ferien. Und zu Zeiten, die wir gerade aktuell noch haben, natürlich auch vermehrt mit dem Auto. Je mehr Elektroautos auf dem Markt gibt, desto mehr geht man auch mit dem Elektroauto in den Urlaub. Und einfach mal, dass ihr mal wisst, was wir so gesehen haben jetzt auf unserer Reise hierher. Es sind natürlich mehrere Teslas, das ist ganz klar. Wir haben einen Supercharger, hatten wir die jeweils gesehen. Aber wir haben ihn auch in der Zoe gesehen. Wir haben ihn hier in der Icona gesehen. Wir haben den Kia e-Niro gesehen. Wir haben, aber das ist auch der Fakt, keinen VW IT3 gesehen. Keinen Skoda in der Nier gesehen. Das gibt es doch nicht hier. Also eher wenn denn so die Koreaner oder dann eben noch in der Zoe, vor allem in Frankreich, gibt es die relativ häufig. Nun gut. Also, was ist also das Problem? Wenn man mit Elektroauto in die Ferien geht, dann muss man das auch noch irgendwann laden können. Wenn man einen Tesla fährt, klar, kann man einen Supercharger, das ist der nächsten Charger. Aber das blenden wir heute einmal alles komplett aus. Wir zeigen euch heute mal die Situation, wie es eben ist mit einem anderen Auto. Also nicht mit einem Tesla zum Beispiel. Und da braucht man halt eine Ladesituation am Ferienort. Sei das im Hotel. Das wäre der Jackpot mit dem Juice Booster oder mit was auch immer laden. Wie wir es jetzt auch hier machen mit dem Schuhkost. Das reicht völlig aus. Wenn man das aber nicht hat, muss man irgendwo das Auto laden können. Wenn man einen Ausflug machen, wenn man irgendwo in die Stadt fahren, essen gehen etc. Das Auto muss man irgendwie laden können. Und dazu braucht es eben die öffentliche Infrastruktur. Und das ist noch ein bisschen das Problem im Ausland, kann man sagen. Vielfach hier erklärt, ja Italien, Spanien, Portugal. Das ist schwierig. Ich habe es auch schon angesprochen. Das ist ein Video von Valencia. Ich bringe es euch mal hier oben in den Infokarten. Den Ioniq 5 getestet habe übrigens. Valencia hier etwa 250 Kilometer entfernt. Das ihr seht ihr einschätzen könnt, wo wir etwa gerade sind. Das heißt, ich brauche öffentliche Infrastruktur. Und wir sind heute mal an zwei Orten unterwegs. hier in der Umgebung Cambrils. Eine davon schauen wir jetzt gleich an. Da sind wir schon hierher gefahren. Kommt mal live mit, bitte. Ja, und das seht ihr jetzt also auch mittlerweile bereits. Es gibt hier schon etwas, wenn man es sucht. Es gibt hier vor allem auch sehr viel. Eins, zwei, drei Ladesäulen mit 50 kW DC. Chademo ist auch dabei. Und vor allem gibt es auch noch zwei Typ 2 Säulen separat. Also hier vom Anbieter Iberdrola. Also Iberia eben die Energie. Wir haben es vorhin mal ein bisschen gegoogelt. Das ist einer der größten Energieanbieter hier in der Region. Und von daher ist es nicht schlecht, dass es hier etwas gibt. Und das sieht vor allem noch ziemlich modern aus, kann man sagen. Es gibt überall RFID-Lesegeräte. Und wir sehen hier auch noch eine Anleitung, wie ich eben die Station freischalten kann. Also wir haben hier AC mit dem Stecker gebunden. Also da ist jemand, der auch keinen Stecker dabei hat. Kann ja quasi laden. CCS ist ja auch nicht dabei, 50 kW. Und hier an Chademo, der ist auch noch verfügbar. Anhand des Kabels muss ich sagen, das sollten eigentlich 43 kW sein. An der Kabelwecke an. Also ein 63 Ampere Kabel. Für die, die noch Rhönazoi fahren, die doch den Schnelllaser Rhönazoi haben. Mit 43 kW AC. Das kann man hier also laden. Es hat aber auch so AC Buchsen. Schau hier. Die sind auch vorhanden. Da muss man das Kabel mitbringen. Aber die meisten haben das sowieso dabei. Ist dreiphasig. Mindestens 11 kW würde ich mal behaupten. Wenn nicht sogar 22. Schau hier. 32 Ampere heißt also 22 kW kriege ich hier an dieser Buchse. Und auf der anderen Seite habe ich nochmal seine. Also. Was macht man hier also? Wir haben hier eine Tankstelle. Und wir haben hier so einen Tankstellenjob. Vermutlich mal die Leute, die jetzt auf öffentliche Infrastruktur angewiesen sind. Kommen hier her. Stecken den CCS ein. Warten eine halbe Stunde. Dann haben sie genug Reichweite, um wieder sich ein paar Tage hier im Urlaub bewegen zu können. Was ist denn mit der Bevölkerung, die hier wohnt? Die ist natürlich nicht hier. Die damit CCS die ganze Zeit nicht laden. Die kommen vielleicht hierher und nehmen ihr Elektroscooter mit. Und fahren dann wieder nach Hause. Was hier übrigens sehr sehr viel gibt. Es gibt ja unglaublich viele Elektroscooter. Es ist unglaublich. Und die stecken dann ihr Auto an. Laden hier AC. Und kommen drei, vier Stunden später wieder und fahren wieder nach Hause. Das ist schön und gut. Ihr seht hier, es gibt wirklich jetzt hier, zumindest hier genügend Standorte. Das Problem ist aber, ob ich sie auch freischalten kann. Und ich habe dabei immer meine drei Ladekarten. Ich habe hier dabei EnBW. Das geht ja nicht in Spanien. Das ist ganz klar. Ich habe Maingau. Und ich habe ChargeMap. Und warum ich ChargeMap eigentlich auch ganz gut finde, nebst den Preisen, ist die Möglichkeit, das in ganz Europa benutzen zu können. Und diesen Standort hier habe ich auch mit ChargeMap gefunden. Ich blende euch hier mal kurz die Karte dessen ein. Und da seht ihr auch anhand dieses Symbols, dass es eben mit dem ChargeMap Pass funktioniert. Dass es eben kompatibel ist. Das heißt also, wir stecken jetzt mal den Tesla ein. Und ich muss ja natürlich nicht laden. Ich kann ja beim Hotel laden. Das ist klar. Aber natürlich, um euch das zu zeigen, mache ich mal die Ladeklappe auf kurz. So. Dann den CC erstmal einstecken. Zack. Der Display ist ziemlich schwarz und dunkel. Da ist nichts. Irgendwie funktionstüchtiges. Das Kabel hat zwar verriegelt. Das heißt, Verbindung gibt es irgendwie. Jetzt mal probieren. Was passiert jetzt, wenn ich die Karte hin halte? Nichts. Was passiert jetzt mit ChargeMap Karte? Nichts. Okay. Denn hier steht, da ist da irgendwas von App QR Code. Ich mache das jetzt auch mal live. Ich kenne mal den QR Code jetzt ein. Was passiert denn da? Also, es steht hier unten dann noch auf Englisch dran. Für die, die jetzt kein Spanisch können. Wenn ich den QR Code eingescannt habe, dann geht hier so eine App auf. Das ist genau die App von dieser Ladeklappe. Ich laden mal die App mal runter. Natürlich braucht man auch hier und der Maus dann auch 4G oder LTE. Ohne das geht es praktisch nicht mehr. Aber die meisten, natürlich kurz, dass man es auch erkennt vom Base ID. Aber das meiste Gute ist ja daran nicht, dass man das praktisch überall bei den Handyabberswinterweilen hat. Zumindest in der Schweiz ist das so. Ich habe dennoch meine Bedenken, dass es funktioniert. Weil das Display einfach dunkel ist. Da habe ich wirklich meine Bedenken zu. Wir laden es jetzt einfach mal runter. Übrigens, wenn ihr das Video schon gesehen habt von unserer Hinreise und vom Roadtrip quasi. Haben wir dann hergetroffen in Tarragona am Supercharger, die uns gesagt hat, dass es so eine App gibt. Lokal, wo man die Stationen alle freischalten kann. Ich probiere das mal danach auch noch kurz eben aus. Ich öffne die mal eben kurz jetzt. Scheint aber hier nicht so gute Verbindung zu haben. Ist dann mal ein anderes Problem. Ich habe meine Bedenken, ob es funktioniert, ehrlich gesagt. Weil es sind alle Displays schwarz. Also auch der hier da zum Beispiel ist schwarz. Es sind alle dunkel. So. Es sieht so irgendwie tot aus. Und das wäre ultra schade, denn es gäbe hier wirklich, ihr seht es ja auch. Auch die Bodenmarkierungen sind gemacht worden. Nicht zum Spaß vermutlich mal, sondern wirklich auch, dass man die irgendwie nutzen kann. So. Ja, zeigt die hier nicht an. Ich muss kurz auf die Karte gehen. So. Ich gehe jetzt hier auf die Karte kurz. Wahrscheinlich seht ihr das nicht im Video, aber es ist wirklich so schlechter Empfang hier. Nur 3G. So. Also schau hier auf diesem lokalen App zeigt er mir zwar. Hier. Iberola Charging Station zeigt er mir die an auf Google Maps. Also quasi über Google Maps zeigt er mir die an. Aber nicht in der App drin auf diesem lokalen App. Das ist schon mal ein ganz schlechtes Zeichen. Aber nichts, um versucht zu lassen. Wir lassen jetzt mal die App laufen, die eben hier effektiv von diesem QR-Core quasi ist. So. Beim Verwenden der App verlauben. Mitteilung senden. Ja. App-Tracking ablehnen. Bluetooth. Ja, ja. Gut. Weiter, weiter, weiter. So. Also es steht hier mal zumindest sauber drin. Sie können verschiedene Appenfonds, Ladestationen finden, Betriebs etc. So. Ich bin also hier. Oh. Schau mal her. Er findet auch in der Schweiz Sache. Nein, in der Schweiz nicht. Nur in der EU dem Fall. QR-Code. Sieht das QR-Code aus. Muss ich die Kamera. Genau. Jetzt kann ich mal den QR-Code anschauen. Mal schauen, was jetzt passiert. So. Er erkennt sie. Ja. Also. Das ist aber günstiger. 30 Cent pro Kilogramm. Ist wirklich fair. Also schaut. Jetzt hat er hier das gefunden quasi. Außer Betrieb. 2x2. Voilà. Das Ding ist jetzt das. Hätte ich gesehen, dass es funktioniert. Oder dass es nicht funktioniert. Ah. Schau. Ich sehe hier auf diesem App alle Punkte. Auch die daneben. Und das schaue ich mal hier kurz. Im Bau befindlich. Obwohl sie schon fertig ist. Interessant. Im Bau befindlich. Aber schaut da hinten. Sie ist existent. Vielleicht ist sie noch nicht aktualisiert worden. Also. Dann haben wir hier die Punkte. 1.1. Das ist auch nicht. Dann ist die rote hier. Wo wir gerade stehen. Das ist die, die außer Betrieb ist. Ja. Wie wir vorhin vermutet. 43 kW. Und das da schnell TCS. Aber. Gemäß dem App sollte eigentlich die Station nebendran grün sein. Das wäre dann. Die da verfügbar. Ist Zanoptip 2. Aber schau mal wie günstig das ist. 15 Cent pro Kilowattstunde. 15 Cent. Meine Damen und Herren. Das ist faktisch geschenkt. Das ist günstiger als bei uns zu Hause. Ja. Nicht ganz. Bei uns zu Hause zahlen wir 12 Rappen pro Kilowattstunde. Das sind umgerechnet ca. 10 Cent. Aber hallo. 15 Cent pro Kilowattstunde. Das lohnt sich definitiv. Stellt euch mal vor. Zum Beispiel hier in der Kona. 64 Kilowattstunden Batterie. 64 mal 0,15. Das wären 9,60 Euro für eine Vollladung des Hyundai Kona Elektro. Jetzt weiß ich ja auch warum man die Kona und E-Niro fährt. Also. Preis ist schon mal absolut top. Das ist ja nur ad hoc. Das ist ja nur über die App da. Runterladen. Dann freischalten. Was wir jetzt machen. Also hier geht es definitiv nicht. Wir parken jetzt auf die andere Säule da um. Die funktionieren sollte. Probieren da AC einstecken. Und schauen mal ob es funktioniert. So umgeparkt. Ihr seht jetzt auch hier leuchten so grüne Lichter. Und auch das Display. Zumindest wenn die Schörner nicht so stark rein scheint. Scheint es zu funktionieren. Mal schauen ob das auch wirklich dann geht. Wichtig ist im Zweikabel ist Sackbefehl Nummer 1. Das ist auch bei dem Schweizer Militär so. Und einstecken. Und jetzt mal gucken was passiert. Jetzt probiere ich es nochmal mit der App freizuschalten. Mit dieser App wo auf der Station drauf steht. So welche habe ich jetzt benutzt? Die. Welche Seite war jetzt das? Es hat eben zwei. Die rechts wahrscheinlich. Aufladen. Jetzt muss ich hier ein Passwort eingeben. Das mache ich jetzt nicht. Denn ich muss ja wieder ansonsten ein Konto machen. Jetzt mal schauen was ich mit Chargemap bezahlen müsste. Beziehungsweise was es hier kosten würde. Denn da sollte die Station ja funktionieren. Dann halten wir mal Chargemap vor. Ja wir können jetzt ein Konto machen bei dieser App. Das lasse ich jetzt aber mal so bleiben. Halt mal Chargemap. Was passiert jetzt? Auf dem Display guckend. Er ist dann prüft. Er funktioniert. Es hat ihn authentifiziert. Schau. Siehst du den mensch da den blauen? Wahrscheinlich nicht oder? Nö. Und jetzt? Er lädt. Er ist da eine Verbindung aufbauen. Es blinkt blau. Und jetzt? Ist er da am Laden? Er ist jetzt im Laden. Tesla ist grün am Blinken. Heisst er lädt. Ja. Er lädt mit 11 kW. Was können wir jetzt hier für ein Fazit darüber ziehen? Erstens. Chargemap zeigt diese Station hier an. Dass man sie mit der Chargemap Karte freischalten kann. Ihr habt es gesehen. Es geht auch. Was es noch kostet. Das erfahre ich dann nachher. Wahrscheinlich nicht diese 15 Cent. Aber ist das für das Video mal vollkommen egal. Faktisch. Wenn du hier wohnst. Oder wenn du in den Urlaub gehst für längere Zeit hierher. Und du erkundigst dich im Vorfeld. Was man aber machen muss. Das ist ganz klar. Man kann nicht einfach hierher kommen. So wie wir jetzt heute. Dann wirst du diese App da finden. Wirst du. Lässt du sie runter. Machst ein Konto. Und dann zahlst du hier 15 Cent pro Kilowattstunde beim AC. Und 30 Cent beim CCS. Wenn es denn funktioniert. Ich muss jetzt an dieser Stelle einfach sagen. Ihr seht auch hier. Es stehen Stationen da. Es ist nur die momentan Funktion fähig. Was heisst das? Ich habe gesehen in der App von dieser Iberdrola. Iberdrola. Dass die Stationen hier nicht funktionieren. Habe ich gesehen in der App. Dass nur die funktioniert. Und die funktioniert auch. Gebe ich da schon mal einen Daumen hoch. Das schaffen viele europäische Apps leider nicht. Auf ChargeMap. Also europäische. In unseren Breitengraden. Ihr wisst ja was ich meine. Und auf ChargeMap habe ich eben nicht gesehen. Dass diese da nicht funktionieren. Ich werde es dann nachher noch machen. Man kann ja da so Community. Kann man das Zeug so quasi untereinander austauschen. Dass sie nicht funktionieren. Das werde ich dann noch machen. Beziehungsweise. Ich vermute jetzt einfach mal. Weil die Stationen sehen wie gesagt noch ziemlich. Ja neu aus. Ist noch nicht so versandet und verrostet und so. Von daher denke ich einfach auch. Dass diese Stationen da. Also die hinteren da. Dass die noch ins Netz aufgenommen werden. Vermute ich zumindest mal so. Es würde auch Sinn machen. Denn ja. Sonst hätte man die Station jetzt da schon nicht freigeschaltet. Aber Fakt ist. Er lädt jetzt. Ich könnte es heute jetzt hier stehen lassen. Und dann wieder ins Hotel zurück gehen. Das ist natürlich klar. Aufwändig. Ist logisch. Aber ich könnte es eben machen. Und ich brauche jetzt hier nicht irgendwie stranden. Dann mache ich ja diesen Aufwand. Natürlich wäre es schöner gewesen. Hätte ich 50 kW herladen können mit dem CCS. Ist nun halt mal aber so wie es eben ist. Was wir jetzt machen. Wir fahren jetzt noch zum Hafen. Zu einer anderen AC. Die ist nur AC. Das sind zwei Stecker. Ich hoffe die Plätze sind frei erstens. Und zweitens auch. Versuchen wir das auch da. Das freizuschalten. Denn da soll das nicht mit Chargemap funktionieren. Und da bin ich gespannt. Ob wir es freizuschalten können. Und wenn. Wie viel Aufwand das ist. So. Die Station am Hafen war leider leider ein Fahrverbot. Da konnten wir nicht durch. War nur für Fischer zugänglich. Hat so eine Schranke gehabt eben. Natürlich fragen wir sich dann schon. Warum die Station in der Chargemap angezeigt wird. Ich habe mittlerweile auch schon die Rechnung erhalten. Für die Ladung in der wir gerade eben gewesen sind. Und ich habe es ja gesagt. Und ad hoc wäre es 15 Cent pro Kilowattstunde. Und wir haben gezahlt. Wir haben geladen 2 Minuten 8 und 50 Sekunden. Natürlich. Weil wir es nur für den Test gemacht haben. 514 Wattstunden haben wir geladen. Also 0,514 Kilowattstunde. Also die Hälfte. Und jetzt kommt die Kosten. 55 Cent. Heißt also 1,10 Euro wird es kosten pro Kilowattstunde. Mit Chargemap. Mein Gott. Also Chargemap ist gut. Man kann überall laden. Fast durch ganz Europa. Und praktisch jede Station. Das ist möglich. Haben wir gesehen. Aber es lohnt sich definitiv nie und nimmer. Denn aus einer von mir gesagten 9,60 Euro Kona Ladung. Wenn man das jetzt über die lokale App machen würde. Würden gut und gerne mal unglaublich 65 Euro werden. Ja. Das ist natürlich schon brutal. Kann man sagen. Ist praktisch ein bisschen eine Abzocke. Aber man weiß es ja. Von daher. Ich habe Chargemap wirklich nur aus dem Grunde. Als absolute absolute Notlösung. Und die war auch noch damals beim Kona. Als ich in Kona gefahren bin. Jetzt ist natürlich auch das völlig unmöglich. Ich muss sagen. Die App benutze ich relativ gerne. Einfach zum so Sachen finden eben. Und das Ding ist jetzt eben folgendes. Wir blenden euch jetzt eine Szene in der Nacht ein. Die haben wir vor zwei Tagen aufgenommen. Als wir in die Stadt nach vorne gelaufen sind am Abend. Und da hatten wir leider kein Mikrofon dabei. Deswegen die Tonqualität ein bisschen schlechter. Und vor allem ein schreiendes Kind war die ganze Zeit zu hören. Aber nun ja. Es sollte ja mehr um die Stationen gehen. Um die Ladesäulen gehen. Und da haben wir gezeigt. Was eben noch möglich ist. Und wir haben auch da gesehen. Dass auch da zwei. Oder sagen wir mal eineinhalb Elektroautor geladen haben. Einen vor allem Plug-in Hybrid. Das zähle ich nicht zu Elektroautos dazu. Jetzt gesagt. Aber ein Kona hat geladen. Und wir blenden euch jetzt mal die Szene ein. Dass ihr seht. Dass es ja auch in Spanien durchaus Elektroautos gibt. Dieses Video leider ohne Mikrofon. Aber was sehen wir hier. Wir sehen hier eine Tip 2 Ladestation. Mit einem Tip 2 Stecker. Hoffentlich seht ihr es einigermaßen. Es ist zwar dunkel. Aber es ist dreiphasig. Wir sehen hier auch noch. Ist ein Auto am Laden. Ein Plug-in Hybrid. Und hier steht ein Hyundai Kona 2020 vermutlich. Denn soviel ich sehe ist es ein 32 Ampere Kabel. Sollte also dreiphasig laden können. Also. Wir sehen hier die Stationen. Die sind hier auch vorhanden. Und was wir hier auch sehen. Ist wie man sich auch identifizieren kann. Ihr seht ihr hier. Man kann es hier mit dem. Mit dem App runterladen. Und da kann man es hier. Entsprechend dann so machen. Oder mit der RFID Karte. Es gibt hier auch noch Schuko Steckdosen. Hier unten sind die nämlich drin. Ja. Ist jetzt gar nicht. Hast du mal schnell das Handy. Schnell mit dem Licht. Schau hier. Schuko Steckdosen hier unten. Die man einfach anstecken kann. Das wären dann 3 kW maximal. Und hier. Das sind Mods. Das verschiebe ich mit etwas weiter. Und hier eben dann noch die Typ 2 Buchse. Und hier. Gibt es da zwei Parkplätze. Für vermutlich Elektroroller. Sind das. Und hier ein Ford Kuga. Plug-in Hybrid. Wie gesagt. Ist hier angeschlossen. Was ich sagen kann. Ist jetzt nicht zugeparkt. Mal animieren welchen Verbrenner. Sonst stehen wirklich zwei. Also mindestens eineinhalb Elektrorautos stehen hier. Der Kona natürlich schon. Über den Plug-in Hybrid. Na ja. Da lässt sich natürlich auch streiten. Aber im Grundsatz kann man sagen. Es gibt hier auch in der Stadt. Zumindest. Vereinzelt. Typ 2 Ladestationen. Jetzt auch. Selina ist gerade noch einmal ausprobieren. Was denn da für eine App erscheint. Was erscheint da für eine App. APK App. Reus Transport. Also es ist von dieser Region. Ist in dieser Region. Irgendwas. Ähm. Aber zumindest. Es steht hier drauf. Was man hier. Wie man es falsch halten kann. Genau. Also. Ich muss kurz schauen. Ja. Also das sieht eigentlich sehr gut aus. Ich nehme an. Das wird über die Kreditkarte abgerechnet. Ist halt alles spanisch. Aber hier ist es auch auf Englisch erklärt. Und der Expertileser hat er hier auch dran. Ja. Ah ja. Hier oben steht. Also wenn MBW mal in Spanien geht. Dann hat man hier natürlich auch Glück gehabt. Ja. Ansonsten müssen wir halt herausfinden. Welche Karten. Genau. Aber es ist überall QR Code drauf. Auch hier. Hier zum Freischalten. Für die Schokolosen auch zum Freischalten. Genau. Also man muss es einscannen. Dann einstecken. Und dann sollte es. Funktionieren. Funktionieren. Und dann kann man über das App wieder stoppen. So was ich denke. Wir laden hier natürlich jetzt. Oder mit der RFID-Karte. Oder mit der RFID-Karte. Oder mit der RFID-Karte. Wir laden hier natürlich jetzt nicht. Denn wir sind hier nicht mit dem Auto hier. Wir sind jetzt zu Fuss hierher gelaufen. Es ist so ein spontanes Video am Abend. Wir blenden es aber ein in diesem Ladevideo. Das kommt. Eine Szene aus der Stadt Cambrils. So. Also wir haben ja gesehen. Mit Chargemap findet man die Stationen einigermassen. Zumindest wenn sie nicht gerade im Hafen sind und abgesperrt sind. Wir probieren jetzt das ganze mal über das Navi aus. Ist auch immer ein spannendes Thema. Bei Tätel einfach hier unten drauf klicken. Dann zeigt er mir entsprechend hier die Ladestationen an. Ihr seht selbst. Da gäbe es einen Supercharger. Jeder normale Mensch würde sofort da hinfahren. Weil auch da ihr seht es auch. 29 Cent pro Kilowatt ist. Sehr sehr fair. Ein sehr fairer Preis meiner Meinung nach. In Deutschland wurden die Preise auf 40 Cent angehoben. Und es gibt übrigens in Cambrils. Also da. Wenn ihr mal da in den Urlaub fahren wollt. Ich mach es mal ein bisschen größer. Dass ihr es auch seht. Einmal so drehen. Dann sieht es auch geografisch korrekt aus. Wenn ihr mal in Cambrils in den Urlaub fahren wollt. Dann gibt es übrigens nächstes Jahr in Q2. Einen Supercharger hier mit 12 Stalls. Und zwar einen V3 Supercharger. Das heißt wenn ihr mit dem Tätel da runter fährt. Habt ihr schon jetzt kein Problem mehr. Aber danach habt ihr noch weniger Probleme. Denn wenn ihr im Hotel nicht laden könntet. Kurz 20 Minuten besuchen. Dann habt ihr wieder genug Reichweite. Das ist möglich. Und vor allem. Ich sage es auch aus dem Grunde. Jedes Mal wieder. Wie ich es einfach nochmals kurz erwähne. Supercharger werden geöffnet. Das heißt. Auch wenn ihr hier unten. mit dem hier in der Kona. Mit dem Kia E-Niro. Mit dem VW ID.3. ID.4. Skoda Enyaq. Was alles geht. Mustang Maché runter fährt. Dann könnt ihr in Zukunft die Supercharger benutzen. Ein nicht zu vernachlässigtes Thema. Weil mit einem Klick sozusagen. Oder mit einem Schnippen. Kann man die ganze Infrastruktur von Tesla. auch nutzen. Für die anderen Autos. Natürlich wird es da vermutlich ein bisschen teurer. Aber die ist schon vorhanden. Da muss man nur hinfahren. Und kann sie genau gleich benutzen. Das darf man nicht unterschätzen. Dass solche Stationen. Wie wir vorhin gesehen haben. Dass da Stationen nicht funktioniert haben. So auch im Hafen drin sind. Das ist alles egal. Dann plötzlich. Das kann man einfach da. Zu den Supercharger hinfahren. Das auch so benutzen. Also ich blende euch mal die App jetzt kurz eben ein. Wie sie da aussieht. Jetzt sehe ich hier die Karte drauf. Und das waren die Stationen. Die ihr vorher gerade gesehen habt. In der Nacht drin. Diese zwei da. Und jetzt. Schauen wir mal. Was es sonst noch hier gibt. Es sieht jetzt hier. Auch nicht ultra viel. Aber da oben gibt es noch eine. Ich muss da drauf klicken. Was ist dann. Ah da. Außer Betrieb. Auch da wieder. Ihr seht doch meistens hier schon. Dass es außer Betrieb ist. Uiuiuiui. Was ist das hier. Blau. Belegt. Das ist belegt. Okay. Also zumindest. Und das ist eben die Stationen. Die wir hinfahren wollten. Das da. Die ist verfügbar. Da kannst du nicht hinfahren. Weil da oben ist gesperrt. Aber dieser Club Nautic Cambrils. Ist die Straße gesperrt. Nützt natürlich auch nicht ultra viel. Also ihr seht selbst. Es ist schwierig. 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 Wir sind jetzt hier. Wo es rot ist. Sind wir gerade. Am stehen. Und. Das war es dann auch schon. Oder unten. Gibt es noch etwas. Außer Betrieb. Verfügbar. Belegt. Das ist verfügbar. Auch da. Sehr faire Preise. EV Charge. Ist auch verfügbar. Ist auch verfügbar. Auch verfügbar. Belegt. Ja. Also. Der Punkt ist folgendes. Zumindest. Was ich wirklich positiv herausnehmen kann. Ist. Das die. Zumindest die App zeigt einem an. Ob belegt. Oder außer Betrieb. Das ist schon mal nicht schlecht. Ob das jetzt nun stimmt oder nicht. Das sei mal dahingestellt. Aber faktisch. Das zeigt zumindest mal an. Aber. Natürlich. Was man hier ganz klar sagen muss. Wir sind. Nicht nur Lichtjahre. Wir sind. Universen davon entfernt. Ladeparks zu haben. Wie wir das bei uns kennen. EnBW Ladeparks. Wie zum Beispiel Routesheim. Wo wir gerade kurz vorhin gewesen sind. Go Fast Ladeparks in der Schweiz. Fastnet Ladeparks. Das ist vollkommen nicht vorhanden. Das existiert einfach gar nicht. Das einzige was es hier gibt. Sind zwar Ionity Säulen. Aber das sind auch meistens noch 2 bis 4 maximal. So weit davon entfernt. Von uns zu Hause. Das ist auch logisch. Denn ich habe jetzt auch hier die Leute. Die sind völlig anders eingestellt. Das ist noch ganz weit weg. Als wir da mit dem Teller durch die Stadt gefahren sind. Das war wie so ein Spaceship oder so. Hat das ausgesehen. Und die sind das gar nicht gewohnt. Es gibt vereinzelt Leute die das haben. Und die benutzen die Station auch. Weil die sind wirklich auch vorhanden. Wenn man weiß wie sie funktionieren. Aber die große Masse ist dann noch weit davon entfernt. Ganz ganz weit. Und wir werden jetzt noch mal schön nochmals eine finden. Und sonst war es das halt so. Wir machen dann auch das Fazit. Draußen dann wieder an eine schöne Location. Bis dahin sehen wir es wieder. So leider haben wir keine Radarsäule mehr gefunden. Die funktionsfähig gewesen ist. Beziehungsweise die wir für diesen Test also zeigen wollten. Der einzige Laserpark den wir gezeigt haben zu Beginn. Das war ja auch der der nur zum Teil funktioniert hatte. Natürlich kann man nicht sagen. Oh ja. Ganz schlimm etc. Nur ich muss euch sagen. Schau mal hier die Bäume da. Wie die in der Straße hinein sind. Das ist ein viel größeres Problem noch. Nein Spaß beiseite. Mit dem Elektroauto in den Urlaub in den Süden. Es ist noch schwierig. Ja. Aber es ist nicht unmöglich. Was kann ich jetzt also für einen Tipp sagen. Für alle die jetzt zuschauen. Und die sich jetzt überlegen. Soll ich im nächsten Sommer vielleicht auch mit dem Elektroauto in den Urlaub gehen. Oder doch noch nicht. Ich sage euch folgendes. Es gibt eine goldene Regel. Und zwar die beginnt schon vor dem Buchen. Und das heißt. Klärt ab. Ob ihr am Zielort laden könnt. Im Hotel. Oder im Ferienhaus. Im Hotel natürlich ganz einfach. Fahrt euch da einfach an. Gibt eine Steckdose. Und auch wenn es nur eine Schukodose ist. Es ist egal. Ihr bedenkt. Das Auto bleibt zu 90 Prozent da stehen. Wenn ihr keinen immer jeden Tag Ausflüge macht. In 10 Stunden kriegt ihr 30 Kilowattstunden reingeladen. Das reicht. Meistens für die Hälfte oder ein Drittel des Akkus. Das ist ausreichend. Typ 2 Ladebuchse wäre natürlich noch besser. Aber eine Schukodose reicht bereits. Wichtig dann. Ladet mit dem Juice Boost. Oder mit dem mitgelieferten Not-Ladeziegel. Das ist möglich. Natürlich. Schussbooster wäre noch ein bisschen optimaler. Weil auch besser abgesichert. Und ein bisschen robust und stabiler. Aber auch das ist völlig kein Problem mit dem normalen Ladeziegel. Der immer beiliegt. Oder zumindest meistens beiliegt. Wenn ihr eine Ferienwohnung habt. Oder da hinfahren wollt. Dann habt ihr ja die auch schon im Vorfeld angeschaut. Oder habt euch im Vorfeld dazu informiert und erkundigt. Heißt also auch da. Die Hausinstallation muss natürlich fähig sein. Das Auto zu tragen. In Anführungszeichen. Aber im Zweifelsfall. Wenn ihr mit dem Juice Booster ladet. Dann geht auf 6 Ampere runter. 6 Ampere verträgt jede Steckdose. Jede Steckdose. Natürlich muss sie einigermaßen schlau installiert sein. Aber 6 Ampere. Die Steckdosen sind auf 10 Ampere mindestens. Wenn ihr nicht auf 13 Ampere ausgelegt. 10 Ampere. 6 Ampere kriegt ihr meistens. Und dann kriegt ihr halt nur 1,7 Kilowatt. Aber auch das ist ausreichend für den Urlaub. Ihr müsst das Auto nicht über Nacht voll kriegen. Es ist nicht nötig. Denn ihr kriegt sonst auch so genug Reichweite rein. Einen anderen Tipp den ich euch nochmals betonen will. Ist dass das Supercharger Netz geöffnet wird. Vermutlich schon nächsten Sommer. Wir haben jetzt September 2021. Vermutlich in einem Jahr wo wir wieder hier sind. Oder wenn wir in einem anderen Ort sind. Dann reden wir schon ganz anders. Dann könnt ihr einfach mit eurem Elektroauto eurer Wahl. Von Supercharger zu Supercharger zu Supercharger hinfahren. Und die Distanz überwinden. Am Zielort ändert sich gar nichts. Auch für den Tettler nicht. Am Zielort muss man laden können. Auch das ist relevant. Habt ihr heute gesehen. Könnten wir hier nicht laden. Am Hotel oder halt an dieser Säule da ein bisschen weiter außen. Da müsste ich einfach um Reichweite zu kriegen. An den Supercharger in Tarragona. Müsste ich machen. Aber wäre möglich. Und auch das ginge also Stand heute bereits. Mit einem anderen Elektroauto. Ich mache jetzt ein Beispiel. Das ist bei Röner Zoe. Er hat einen 50 Kilowattstunden Akku. Ist noch schwieriger. Aber auch da kann man am Hotel laden. Wenn man es laden kann. Also Gold in der Regel heißt. Am Zielort müsst ihr laden können. Hotel oder Ferienwohnung. Und dann habt ihr während des Aufenthalts keine Probleme. Das ist meine Message an euch. Wenn euch das Video gefallen hat. Gebt mir einen Daumen hoch. Nicht vergessen den Kanal zu abonnieren. Und die Glocke aktivieren. Damit ihr jeweils benachrichtigt werdet. Wenn denn ein neues Online kommt. Das heute. Wie gesagt. War jetzt ein Video vor Ort. Lada Situation in Spanien. Genauer gesagt in. Gambrils. Tarragona Region. Also ein bisschen südlich von Barcelona. Zwischen Barcelona und Valencia. In der Mitte. Da ist diese zwei Dörfer quasi. Also. Das war's mit dem Video. Besten Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal wieder. Ciao miteinander. Und Tschüss.